Was geht auf Freunde, Supporter? Willkommen zurück zu einer weiteren grandiosen Folge Assassin's Creed Valhalla. Wir machen direkt weiter mit Sturm der Mauern. Sammle dich mit deinen Verbündeten, das ist das Ziel. Wir haben jetzt alle Aufgaben erledigt, um das ein bisschen zu schwächen. Unseren Überraschungsangriff zu planen, das haben wir jetzt alles erledigt. Jetzt können wir richtig durchstarten und hoffentlich können wir den guten Sigurd befreien. Wahrscheinlich schon, ich gehe mal davon aus. Und ja, wir werden sehen, Freunde. Danke auf jeden Fall, wie immer, natürlich für das Feedback auf die letzten Folgen. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Leiderhin, Videobeschreibung abchecken, Freunde. Beim Gewinnspiel, beim Partner in Instagram mitmachen. Könnt ihr das Spiel euren Wahlgewinn oder auch Guthaben. Also wenn ihr da im Dezember noch nicht mitgemacht habt, macht das in der Videobeschreibung. Findet ihr den Link dazu. So. So. Hey, Oswald. Holderman Hunwald. Hunwald, Mann, sorry. Du bist meinem Ruf gefolgt und erst deinen Vater. Svanhild sendet ihre Grüße. Meine Geliebte. Ihr Name sei meine Flamme der Hoffnung, denn ich gestehe, mein Magen dreht sich beim Gedanken an die Schlacht. Ah, kämpfen ist einfach. Sieh deinem Gegenüber in die Augen und schlage eine Axt dazwischen. Äh, ja, ich erinnere mich wieder. Naja, ich habe jedenfalls die besten Bogenschützen von Lincolnisch hierher gebracht. Gut. Mögen sie den Tod über die Köpfe unserer Feinde regnen lassen. Danke, Hunwald. Hunwald! Also, ich dachte, das wäre es jetzt, weil er immer noch diese Brüder ist. Punkte über den Kopf hat. Hunwald! Das klingt komisch. Normalerweise ist es ja immer ein Zeichen für neue Gespräche, aber gut. Und so erzeugt Gewalt gegen Gewalt. Auge um Auge, wie das Buch sagt. Aber bald werden alle blind sein. Nicht alle. Wer den letzten Schlag versetzt, dürfte noch ein Auge übrig haben. Auf dem Wege der Blinden ist der Einäugige das leitende Licht. Ihr Christen habt doch für jede Gelegenheit einen Spruch, oder? Aevor, bitte vergib mir. Ich habe zu viele meiner Leute auf dem Gewissen. Ich kann nicht mehr. Ich muss nach London zurück. Und du, Erke, geht es dir auch so? Irgendwer muss ein Auge auf ihn haben in der großen Stadt. Wer weiß, was ihm sonst zustößt. Wir haben dieses Lager gemeinsam erobert. Mehr will ich nicht verlangen. Kehrt heim und lasst eure Freundschaft ein Lichtschein sein. Auf bald, Aevor. Ich bete, dass wir uns gesund wiedersehen. Ah, okay, okay. Das ist wahrscheinlich das Resultat aus der Entscheidung, die doch anzugreifen, oder? Und ihn nicht da reinschicken zu lassen, mit denen zu verhandeln. Hätte ich das gemacht, wären sie vielleicht geblieben, oder wie? Okay, gut. So. Ah, gut. Dann geht halt. Dann eben nicht. Würstan, schön, dich wiederzusehen. Was macht die Familie? Alphide versorgt mein Haus und mein Herz. Sogar den zeternden Edred hat sie um den Finger gewickelt. Und Elorik? Ist er heimgekehrt? Ich höre nur Geschichten von einem stürmischen Mann, der sich in Medstuben prügelt. Uns bleibt nichts übrig, als weiter zu hoffen. Das tut mir leid zu hören. Ich danke dir für deine Hilfe. Ich bringe dir einen Rambok unübertrefflicher Handwerkskunst. Ihre Tore werden nicht lange standhalten. Ein wohlüberlegtes Geschenk. Ich werde es zu nutzen wissen. Kämpfe mit Stärke. Wann hätte ich das je nicht getan? Jals Konosoma. Du scheinst betrübt. Es geht um die bevorstehende Schlacht. Jeder Kampf hat seinen Preis. Wer ihn wohl diesmal zahlen wird? Wir beide wissen, wie sich Verlust anfühlt. Der Schmerz abwesender Seelen ist einer, der nie verheilt. Aber deinen Bruder können wir vielleicht noch retten. Immerhin. Volker und ihre Männer werden heute bezahlen. Nicht wir. Wüsste ich das nur so sicher wie du. Guck mal, bei allen verschwindet das Zeichen nur bei Hunwald nicht. Wird wahrscheinlich schon wieder ein Spielfehler sein. Ja, mit den ganzen Verbündeten musst du es doch... Also es reicht doch locker. Oba, dein letzter Rat, ehe es losgeht. Ein Rat? Du brauchst keinen Rat. Du stehst in niemandes Schatten, Eivor. Ein großes Lob aus dem Mund von Ragnar Lothbrocks Sohn. Auch wenn unsere Wege uns irgendwann ins Verderben führen, Eivor, sind die Spuren, die wir hinterlassen, wenigstens unsere eigenen. Bischof Diorlaff. Ungewöhnlich. Ein Mann Gottes in den Gefechtsrein. Es mag dich überraschen, aber in jüngeren Jahren waren mir Pferd und Jagd nicht fremd. Heute kämpfen wir gegen Sachsen, Diorlaff. Nicht gegen Bretonen in Mercia. Fulke ist meine Gegnerin. Eine falsche Christin, die Gottes Wort falsch auslegt. Ich will sie schnellstmöglich stürzen. Dann bist du hier willkommen, Freund. Obwohl der Anhänger trotzdem ein bisschen Templarmäßig aussieht, zumindest. So ein rotes Kreuz. Warum ist es ausgerechnet rot? Du hast für ein ordentliches Durcheinander gesorgt. Fulkes Männer verhalten sich wie kopflose Hühner, weil sie nicht wissen, wo du zuschlägst. Portcaster hat weder die Vorräte noch die Streitmacht, um uns aufzuhalten. Und du hast genug Zeit für die Ankunft deiner Verbündeten herausgeschlagen. Sogar der Bischof ist da. Wie versprochen. Ich hüte das Wort Gottes und mein eigenes Wort halte ich ebenso wie das des Herrn. Wenn nun genug geredet wurde, können wir ja etwas Blut vergießen. Eivor, schlechte Neuigkeiten. Ein Toter trug einen Brief. Fulke hat Hilfe angefordert. Verstärkung? Ein sächsisches Heer kommt von Winchester. Ich reite mit meinen Männern los und stelle sie. Wir werden sie zurückhalten, um dir Zeit zu verschaffen. Wir können den Angriff sofort beginnen. Oder willst du erst mit deinen Verbündeten reden, wenn du das nicht bereits getan hast? Warme Worte vermögen den Frost der Kampfesangst zu taunen. Einen Augenblick. Komm wieder, wenn du bereit bist. Aber das haben wir getan, oder? Das war das schon, dass wir mit denen kurz geredet haben. Oder? Ja, ich denke mal schon. Ich denke mal schon, dass es damit gemeint war. Dass das damit gemeint war. Mein Gott. Die Sonnekrieger sind kampfesdurstig. Du auch? Ja, 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 bin ich. Kann losgehen. Wir ziehen los. Wenn die Sonne sich sinkt, wird Sigurd gerettet und Fulkers Kopf auf einem Speer aufgespießt sein. Fangen wir an. Fangen wir an. Hey, Wur. Hat dir mein Geschenk in Kantwarebuch gefallen? Heute stirbst du, Volke. Deine Männer können weiterleben, wenn du dich stellst. Und wir das unter uns klären. Wir haben nichts zu klären. Stirb vor diesen Mauern, wenn du willst. Das ist deine Entscheidung. Keine Mauer ist hoch genug, mich von dir fernzuhalten. Dann komm. Hol deinen Bruder, wenn du kannst. Ich warte bei ihm. Folge einfach seinen Schmerzensschrein. Dann wirst du uns finden. Volke! Wie werden die Skalden wohl von diesem Tag berichten? Sie werden sagen, dass wir eine so blutdünstige Schlacht entfesselten, dass sie selbst Odin in Atem hielt. Dass der Himmel schwarz war vor Raben, die sich an toten Sachsen labten. Erhebt eure Schwerter mit mir, Brüder und Schwestern. Denn heute werden unsere Namen zu Legenden. Ich werde dich retten, Brüder. Let's go, ey. Retten wir Sigurd. Aber das sind doch nicht alle Vermündeten, oder? So viele Schlachten, so wenige Narben, Basim. Was ist dein Geheimnis? Ich weiche aus. Haha. Die einfachsten Ideen sind die besten. Scheiße! Ich dachte, ich müsste den Platz machen, oder sowas. Müsste ich hier auch schon durchstoßen? Ah, das machen die automatisch. Okay. Reißen wir das Vollwerk ein! Stell dich, Fulke! Deine Feigheit beschädigt mich! Komm, komm, hab ich ihn nicht. Ist das deren Ernst? Mehr Leute sind sie nicht? Ist ja mega peinlich, Alter. Das ist ja mega peinlich, Alter. Okay, Jungs. Sehr gut, sehr gut. Schaffe ich das? Treffe ich das von hier? Ne. Bin zu doof, Alter. So. Ja, macht aber weiter. Was für auf mehr Personen warten. Ich mach's alleine, wenn es sein muss. Das ist ja mega peinlich, wie wenig das sind. Was ist denn das, Alter? Hey, Freunde, ist das normal? Ich hab doch voll viele Verbündete am Start. Ich hab doch mega viele Verbündete, Alter. Warum hat jeder nur zwei Leute mitgebracht? Sehr gut. Sehr gut. Hey! Nee, 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 nee. Hier, auch nicht auf den. Das ist mit dem Schatten los. So. Fahren die das Ding überhaupt hier ran? Wo sind sie denn jetzt? Ah, guck mal hier. Was ist das denn jetzt, Junge? Ich weiß ja, ich habe mir das Gefühl, das kann so nicht richtig sein. Oder? Doch. Ja, was heißt, kann so nicht richtig sein? Ich habe voll viele Verbündete eigentlich, Alter. Auch die am Start sind nicht. Klar, hätte ich noch ein bisschen mehr haben können. Und das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass wir hier nur mit zwei Leuten pro Mann loslaufen. Oh Gott. Schafft die Engine näher mich weiter? Schafft es nur zehn Leute gleichzeitig auf dem Bildschirm raus? Für sich gut! Für sich gut! Stört das Vollwerk. Ich dachte einst, ich wüsste es. Jetzt denke ich anders. Ein schlechter Sprach, Zweifel. Roten! Verdammt seien diese Sachsen! Ich hebe einen Weg! Sie können uns nicht aufhalten! Macht eure Ahnen stolz! Auch ein bisschen doof, dass du die Sache nicht kaputt schlagen kannst, aber abschießen geht's. Schlagen nicht. Ja, ja. So, bin ich überhaupt noch richtig? Wo muss ich denn hin? Alter, mich doof. Lass mich durch! Lass mich doch durch! Lass mich doch durch! Jetzt! Okay, 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 lange und die Fester. Lass mich doch nicht. Lass mich doch durch! Lass mich doch durch! Fall, Hagel! Lass mich, lass mich! Geil. Okay. Okay. Sehr gut, Basim hier wieder. Du hast nur einen abbekommen. Basim. Stell auf, Basim. Aber Basim hat mir geholfen, das muss man ihm lassen. Das aufgedrehte Frettchen. Gemeinsam! Suche nach Sigurd, 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 Sigurd. Wo bist du, Sigurd? Wahrscheinlich weiter oben, oder? Oder nicht, oder nicht. Doch, hier geht's weiter. Sigurd war hier, aber jetzt nicht mehr. Wohin hat Volk ihn gebracht? Ja, ey, woher, was ist das? Sigurd! Du Scheiße, Alter! Ist das Sigurds Blut? Noch frisch. Noch frisch. Die Kirche! Dorthin muss Volk ihn gebracht haben. Komm, Basim! Schäf, Volke! Deine Freiheit beschädigt! Kommt schon, Basim! Hm, Tor verleiht mir Kraft. Die Sau, Alter. Die Sau, Alter. Kommt schon, Basim! Ich brauche hier mal Hilfe! Ach, du Scheiße, Alter! Ich habe für ihn getan, was ich konnte, Eivor. Jetzt liegt es an dir. Ich bin für dich da. Ich bin bei dir. Ich bleibe bei ihm. Kümmere du dich um Volke. Ich komme zurück. Ich verspreche's. Hä? Hä? Ist das jetzt doch das Finale, oder was? Das kann doch nicht sein, Alter. Warum ist die Mission auf 160? Warum ist die Mission auf 160, Alter? Das sieht alles nach Ende aus. Aber normalerweise wird einem das doch gesagt. Ey, wenn du jetzt die Mission machst, dann ist die Story vorbei, oder sowas. Hä? Alter, was ist hier, Alter, jetzt? Scheiße, Alter, Siegut, Alter, das ist... Alter, heftig. Das ist heftig. Tut mir voll leid jetzt, Alter. Das wirkt alles wie Ende. Das wirkt alles wie das Ende. Was ist denn hier los, Alter? Das ergibt doch gar keinen Sinn, Alter. Das ergibt... Nee, das muss weiter... Es muss doch weitergehen. Das ergibt alles gar keinen Sinn. Was ist mit den anderen Sagen und warum ist sie auf 160 und was geht hier eigentlich ab, Alter? Wie geil. Endlich, endlich. Du verkriechst dich vor mir wie eine Ratte im Dunkeln, Völke? Im Dunkeln sind wir alle, Eivor. Nur die Suche nach Licht bringt uns den Göttern näher. Lass das Geseier. Unsere Sprache ist der Tod. Du kämpfst unter dem Banner der Unwissenheit, Eivor. Ich könnte den Vorhang lüften, damit du siehst, was dahinter liegt. Ich brauche nichts von dir. Ich friss erst mal die Fackel hier, ey. Ich sehe gar nichts mehr. Ich sehe gar nichts mehr. Ach komm, komm, weil das Spiel einfach scheiße ist mit dem Schwarzwert, gehe ich jetzt hier extra ins Licht. Gut. Okay, dann nicht. Ey, du siehst im Dunkel gar nichts, Mann. Dann kämpfe ich mit Fackel einfach. Egal, scheiße. Dann block ich halt nicht. Okay. Ich block einfach mit der Fackel. Ich block einfach mit der Fackel, du Sau. Boah, was warst du jetzt? Es wird ähnlicher als du denkst. Ja, wir haben beide die gleiche. Ja, wir haben beide die gleiche... Alle, egal. Willst du etwa nicht wissen, was ich erfahren habe, Eivor? Alles, was du sprichst, ist Irrsinn. Siegut ist ein Ältester, Archeon, Nefilim, Isu, nenn ihn wie du willst. Er ist wiedergeboren. Er ist mein Bruder und ja, du bist geisteskrank. Er ist, was wir uns erhoffen sollten zu sein. Jetzt ist er abgehauen, oder? Ich seh gar nichts. Ich seh echt gar nichts. Raus hier, raus hier, raus hier, raus hier. VULKE! Du kannst dich nicht ewig verstecken! Aber Eivor ist bestimmt auch im Isu. Na klar, klar. Wir sind ja in seiner DAA. Das muss sein. Irgendwie. Hört sie nicht an. Sie gehört mir. Du bist zu spät, Eivor. Ich habe deinem Bruder die Wahrheit gezeigt. Das ist mein Sieg. Und du wirst mir ins Grab folgen. Tein Ernst? Oh. Okay. Nein. Block! Block doch, Alter! Aber meine Taten werden ewig selten. Kann man das nicht blocken? Das ist doch... Das ist doch Gold. Und? Du bist deinem Bruder ähnlicher, als ich dir. Die Schnauze jetzt! Lass sie leiden! Lass sie doch leiden! Nein, in deiner Hölle! Du verstehst nicht, Eivor. Ups. Ich reiß dir das Herz raus! Sie hat ihn gerettet! Tiere sind wir. Spucke und Kotze. Scheiße und Dreck. Sigurd ist so viel mehr. Ich gab ihm das Verständnis. Die Gabe. Du gabst ihm Schmerz! Ja, um ihn zu erwecken! All die Macht! Und all das Potenzial weggesperrt! Mein Gott! Im knöchernen Gefängnis! Der Schmerz war nötig, ihn zu befreien! Seht, seine dunkle Schönheit! Sie hat das Größte vollbracht, das Menschen je schaffen konnten. Und du, Eivor! Du musst alles fortführen! Sigurd! Hier ist jetzt Schluss! Hier ist jetzt Schluss! Ich wollte eigentlich vorher beenden, aber das haben wir dann jetzt noch mitgenommen. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Seid unbedingt am Start. Was geht jetzt hier ab? Das kann noch nicht das Ende sein. Das kann noch nicht das Ende sein. Mal schauen. Mal schauen, was noch kommt. Wir werden kommentieren nicht vergessen. Haut rein! Und tschüss!